Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Marvel Sturm, der Superhelden. Wir sind erstmal im Blitzduell. Gucken einfach mal, was unser Kolossus hier so reißen kann. Wir haben auf jeden Fall einen richtig heftigen Gegner hier am Start. Von daher müssen wir mal gucken, was so geht. Alter. Oha, dann ist gleich Feierabend. Hier ist Schicht im Schacht, wenn es so weiter geht. Oha, jetzt ist Feierabend. Jetzt macht es uns richtig platt. Ah, könnte noch eine knappe Runde werden. Yo, K.O. Geile Sache. Haben wir doch neu gewonnen. Hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht, dass wir es irgendwie nur so reißen können. War auf jeden Fall eine heftige Angelegenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den Sieg haben wir in der Tasche. Von daher hat Kolossus alles richtig gemacht. Ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö.